Hallo und herzlich willkommen bei Bars Tuning. Wir haben Post bekommen, wir haben was geschickt bekommen. Und zwar, wir haben Auswurfblenden geschickt bekommen. Und auf meinen persönlichen Wunsch haben sie uns dann auch noch ein Fischei geschickt für's... Für's... Was gibt's da zu lachen, ne? Ja, was gibt's da zu lachen? Luther, was gibt's da zu lachen? Hallo, ich bin hier. Danke. Wir wollen uns das einfach mal vorstellen. Wir bedanken uns erstmal sehr bei der Firma, dass wir das geschenkt bekommen haben. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass dieses Video, wie oben drüber stand schon, durch Werbe-Produktplatzierung unterstützt. Also wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, dass ihr euch das uns nicht krumm nehmt. Aber wir versuchen natürlich auch, Sachen zu testen. Wir würden euch ja nicht Scheiße verkaufen, erstens das. Und zweitens ist es einfach, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, für Projekte, die euch dann interessieren. Genau, deswegen müsst ihr euch jetzt... Oder schaut ihr euch gerade dieses Video an, wenn ihr dabei seid. Die Fischei sind eigentlich ganz cool. Die sind fürs Smartphone. Wir filmen auch gerade mit dem anderen. Also es sind zwei Stück dabei. Einmal für innen und außen. So sieht das Ganze aus. Und das Fischei für außen, wie ihr jetzt seht, ist gar nicht so krass. Aber es ist cool, muss ich sagen. Das fürs Innen, das ist schon um einiges mehr. Ihr kriegt dazu auch ein Putztüchlein. Ist ganz niedlich. Da ist nochmal die Firma eingestickt. Sehr, 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 sehr. Also ich finde das schon... Vor allem die Verpackung, die sieht auch geil aus. Das erinnert mich so an das Samsung S6, glaube ich, war das. Oder, Dominik? Ja, ja. Mit der Holzverpackung, wo du... Er ist fünf, oder? Er ist fünf, oder? Das fand ich sehr sexuell. Das müssen wir schon mal machen. So, wir kommen jetzt mal zum Hauptgrund. Und zwar die Firma hat uns angeschrieben. Schaut euch doch einfach mal das Produkt an. Wir schicken es euch zu. Wir sollen uns mal unsere Meinung dazu abgeht. Und wir haben noch nicht reingeschaut. Also ihr seid jetzt auch gleich dabei. Und die Firma hat auch gesagt, wir hätten gerne eure ehrliche Meinung dazu. Das heißt, es könnte jetzt auch schlecht ausfallen. Wir holen so ein Ding einfach mal raus. Da sind zwei Stück drin. Zwar mal identische, würde ich behaupten. Ja. Wir haben auch noch eine Anleitung dabei. Die ist jetzt aber nicht so richtig. Das kriegt jeder von uns hin. Und zwar... Also es sieht schon stark nach neuerem Design aus. So sieht das Ganze aus. Ich zeige euch die andere auch mal. Ich finde den Karton schon irgendwie sexy. Muss ich schon sagen. So. Also wir haben jetzt hier die Blende. Die wird... Also ich würde sagen, dass die einfach nur hinten drauf geschoben wird auf die andere. Und dann so mit diesen Haken, die hier hinten drin sind, so fixiert. Also würde ich jetzt behaupten. Wir haben hier vorne nochmal die Firma eingeblendet. Das sieht eigentlich... Also ohne Witz vom Design her gefällt sie mir. Dominik. Wir haben jetzt mal eine kurze Frage. Passantenmäßig. Was sagst du... An deinem Audi würde es eigentlich passen? Was sagst du zu der Blende? Ich wollte schon Golf. Eigentlich schon, gell? Ja. Aber es ist halt... Golf-3-mäßig würde es gar nicht passen, ne? Also wenn du jetzt... Würdest du sowas... Hättest du sowas an deinem Golf gemacht? Nicht, oder? Ist ein bisschen moderner. Na ja. Also... Also meine Meinung dazu ist, dass es so wirklich ein bisschen moderner. Also meine Meinung... Ich will sie nicht anfassen, weil ich hier träge... Du kannst ruhig... Aber zeig mal. Du könntest auch machen. Ich finde die Schräge halt nicht so. Wenn es grad wäre, könnte ich mir das auch in einem Zweier vorstellen. Ja gut, aber dieses Schräge ist halt... Genau das... Dieses Meer ist moderne. Ja genau. Ja gut, aber es glaube ich gibt auch mehrere. Muss man mal gucken. Wir verlinken das einfach mal unten, falls ihr tatsächlich Interesse habt. Ähm... Ja auf jeden Fall. Qualität... Ist eigentlich ganz gut, oder? Würde ich brauchen... Ist Edelstahl? Was sagst du dazu, Nico? Übersolgen. Passt schon. Ist schon, ne? Ist okay. Ich finde den Rand hier ziemlich gut gemacht. Sieht relativ hochwertig aus dadurch. Ja ist so. Also der Kostenpunkt ist gar nicht so hoch. Die haben sogar das nachgedacht für die Flüssigkeit. Also fürs Wasser. Das dann da raus tropft. Das ist im Endeffekt eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also wie gesagt, in der Verpackung... Also in einer Verpackung... Bündelbewegung preislich ganz sicher. Wir tun den Link einfach mal unten in der Videobeschreibung. Äh... Preislich könnt ihr mal gucken. Äh... Aber jetzt auch, wenn ihr euch jetzt Doppelrohr vorstellt. Ungefähr so. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Ja, ein bisschen zu fett für eine Seite. Also nicht. Also vermutlich... Ich meine gut. Also... Also... Es muss... Es muss ans Auto passen, weißt du? So... Dann schau dir mal die... Schau dir mal die an. Ja, aber es ist nur einer auf einer Seite, weißt du? Das ist doch auf beiden Seiten. Also wenn du... Ja, ich meine nebeneinander. Direkt nebeneinander. Weißt du, so vor. Ich weiß, das ist jetzt schwer zu vorzustellen. Ja, so passt, aber ich meine... Also wenn der Stoßspang-Ausschnitt passen würde, würde ich sogar die dem vorziehen, muss ich sagen. Ja, aber nicht beide nebeneinander. Also beide auf einer Seite. Also wie bei Sama 6, weißt du, ne? Ja, das ist schon sehr sexuell, ne? Also ich finde, auf beiden Seiten... Also... Auf jeder Seite eins ist besser als auf beiden Seiten so. Ah ja, auf einer Seite halt. Okay, Leute, wir gucken mal an. Ja, so ist okay. Wie sieht das aus? Ja gut, das sieht nicht so aus, weil eben schon Sama-Dranse. Aber so, glaube ich, würde das eigentlich ganz gut aussehen. So, naja. Ihr könnt natürlich nur... Klar ist, dass ihr ein kleineres Rohr reinstecken müsst. So könnt ihr das nicht machen. Ne, aber... Also Design finde ich gut. Preis-Leistung finde ich gut. Wir haben die jetzt nicht getestet, weil wir leider kein Fahrzeug da haben, auf den das passen würde. Ich wollte gerade sagen, probieren wir es doch an dem aus, aber da ist gar kein Auspuff dran mit dem Aufhäl. Wie gesagt, ich finde die Verpackung halt dope. Die erinnert mich so an dieses Samsung. Das ist halt eigentlich ganz cool so. Äh, qualitätsmäßig muss ich sagen, für den Preis, also ich glaube, es waren jetzt... Boah, das ist 25 Euro gewesen, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, also für den Preis, für Blenden, ist eigentlich schon echt in Ordnung. Also besser, als wenn da irgendwelche andere Marken draufstehen, wie ATU oder so, die kannst du ja alle wegschmeißen. Ne, so gefährden wir das. Finde ich gut. Also ich würde jetzt, also wenn wir jetzt Schuhloten vergeben würden, würde ich auf jeden Fall eine 2 geben, weil vom Design her, also die, was ihr uns geschickt habt, sind jetzt einfach moderner. Ich schätze mal, es gibt auch andere. Äh, ja, eine gute 2 ist auf jeden Fall drin. Äh, wenn ich es eventuell irgendwo an Auto noch hin machen könnte, wäre es vielleicht sogar eine 1. Aber genau, wir wollen euch das Ganze einfach mal vorstellen und euch die Chance geben, einfach mal so Produkte auch zu sehen, die bei uns geschickt werden, die wir praktisch testen und uns sie anschauen. Ähm, ja. Also, wie gesagt, Scheiße würden wir euch hier eigentlich nicht empfehlen. Das einzige, wo ich ein bisschen meckern muss, ist hier die Verpackung, weil die nicht groß genug ist, weißt du? Aber woher geht's eigentlich? So geht's. Ja doch, so geht's. Das ist doch voll okay, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich glaube, Rasant war damals auch brutal. Ich glaube, ich habe das Ding innerhalb von 2 Tagen, das ist ja der Amazon und das ging ratzfatz genüßt. Genau. Tipptopp, Zursache. Ja, wie gesagt, also, wir wollen euch, wir wollen einfach auch mal zeigen, was wir so geschickt bekommen. Ihr sollt ja so weit wie möglich dabei sein. Und, äh, genau das ist der Hauptgrund. Und ich merke gerade, dass der Dominik, wir hätten schon wieder Rumpfuchten, der braucht. Brauchst du? So, haben wir einen. Aber einen kleinen. Ja. Ein Bello. Ein Bello für Arme. Die Hausordnung, weißt du? Aber so ein, so ein... Ja, das kann ich jetzt wirklich nicht sein. Naja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Lasst es euch gut gehen jetzt über das Wochenende. Wir hoffen, unser Video konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung oder eventuell sogar ein Abo da, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Weitere Tutorials findest du auf dem Channel von uns oder in der Videobeschreibung. Falls wir ein Thema noch nicht behandelt haben, was du suchst, sag es uns bitte, schreib es in die Kommentare. Wir werden das so schnell wie möglich drehen und hochladen. Ansonsten fahrt tief und haut rein.